Ja, und vielen Dank, Dean Martin. Und nun zu unserem nächsten amerikanischen Star, Albert Hammond. Nein, nicht April April, er ist wirklich zu uns gekommen. Direkt aus New York, nur für die Disco. Herzlich willkommen, Albert Hammond. Vielen Dank. Untertitelung. Albert Hammond. Ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich, wie bei einem Disco zu sein. Er kann Deutsch. Das ist ein Applaus wert. Tja, mit den Never Rains in Southern California ist er bei uns bekannt geworden.